Deutschland ist im Wandel. Sie wollen uns mundtot machen. Uns manipulieren. Doch sie haben sich mit dem Falschen angelegt. Der Mann zu uns, dann werden wir ihnen unsere Wut zeigen. Ich lasse mir nicht den Mund verbieten. Und ich werde mich weiterhin Tag für Tag, Woche für Woche dafür einsetzen, damit ihr mit Informationen gemästet werdet wie eine polnische Stopfkanz. Schiller! Am Apparat!